moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch auf der neuen map firebase z einen afk glitz zeigen und zwar geht ihr vom spawn aus hier in das materiellager rein geht auf dieses geländer sprintet gegen dieses fenster und springt also da hoch quasi und ihr seid afk leute hier könnt ihr auch mit euren mates rein wie ihr seht ist der zombie afk und bewegt sich nicht mehr das war es dann auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr dann lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern leute ansonsten ciao und bis zum nächsten mal